Hallo YouTube, ich möchte mit euch heute wieder über ein Thema sprechen, welches so ziemlich an die Real Talk Videos angelehnt ist, die ich schon vor einiger Zeit gemacht habe. Und zwar soll es heute um das Thema Updates bei Smartphones gehen. Ja, was ich dazu sagen kann ist, dass zum Beispiel bei iOS, da ist es ja ganz gut geregelt, es gibt nur einen Hersteller für iPhones und dementsprechend gibt es auch eine gute Update-Unterstützung für die iPhones und iPads und so weiter. Aber hier soll es erstmal primär um die Smartphones gehen, wobei das für Tablets auch zutrifft, aber das könnt ihr dann adaptieren. Zurück zum Thema, es gibt nur einen Hersteller und das ist Apple und der produziert eben die iPhones und iPads. Und gut ist. Und dann kann Apple auch gut hergehen und sagen, sie passen die Updates und so, die Funktionen eben an die Geräte an. Und dementsprechend gibt es auch eine einigermaßen gute Unterstützung für die iPhones in Bezug auf die Updates. Denn wenn man mal schaut, iOS 12 bekommen alle Geräte, die auch iOS 11 schon bekommen haben. Und das geht zurück bis, ich glaube 2013, bis zum iPhone 5S und dem iPhone SE. Und bei Android ist es eben das Problem, dass es verschiedene Hersteller gibt, und zwar zig Hersteller, die Geräte produzieren mit Android. Und dadurch eben auch ewig brauchen für die Updates und Sicherheitsupdates und alles. Und da liegt eben das Problem. Google hat da schon versucht, letztes Jahr dagegen anzutreten oder vielleicht auch, ich glaube, vorletztes Jahr und hat versucht mit Project Travel dagegen anzutreten. Und zwar haben sie versucht, alle Geräte, die mit Android 8 oder Neuer ausgeliefert werden, also wo es schon vorinstalliert ist, wo man kein Update mehr auf Android 8 oder Neuer machen muss. Also mindestens auf Android 8 müssen sie bei Auslieferungszustand haben. Das heißt, dass da die Updates eben schneller kommen müssen und auch schneller kommen könnten, dadurch, dass sie den Kernel irgendwie anpassen, dass die Hersteller nur noch die Oberfläche quasi anpassen müssen. Funktioniert bisher relativ suboptimal. Zudem gibt es auch viele Hersteller, die einfach nicht auf Project Travel aufspringen oder das nicht so umsetzen, wie es Google eben gerne wollte. Und dadurch gibt es dann eben immer noch Android-Smartphones von 2018, die mit Android 8 ausgeliefert werden. Obwohl schon seit 2017 Ende sogar schon Android 9 rausgekommen, obwohl es seitdem schon Android 9 gibt. Und es gibt einfach immer noch viel zu wenig Smartphones mit Android 9. Und bei den Tablets ist es sogar noch schlimmer, bei den Android-Tablets. Da gibt es einfach so gut wie gar kein Android-Tablet, das schon mit Android 9, geschweige denn Android 8 läuft. Das letzte, das ich in der Hand hatte, mit was liefendes, ich glaube Android 6 maximal. Und das war letztes Jahr, Ende letztes Jahr oder so. Auf jeden Fall gibt es da einfach noch sehr viel Nachholbedarf. Und ich finde es einfach unter aller Kanone, dass die Smartphone-Hersteller sich einfach nicht dazu äußern, geschweige denn mal bereit sind, irgendwie einen gescheiten Update-Fahrplan aufzustellen. Oder zu sagen, ja okay, an dem und dem Tag gibt es die Updates und der Tag sollte innerhalb von 90 Tagen oder so. Weil ich finde, viel länger sollte man nach dem Bekanntgeben des Updates Fahrplans auch nicht mehr warten müssen. Finde ich jetzt. Weil, wenn man was bekannt gibt, dann sollte das auch Hand und Fuß haben. Und nicht zum Beispiel noch 2-3 Jahre auf sich warten müssen, gefühlt. Ja, das war es jetzt erstmal zu dem Thema von mir. Schreibt mir mal unten in die Kommentare, was ihr über das Thema denkt. Und wie ihr das seht. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos wieder. Macht's gut und Tschüss.